Kann mein... Ich kann mein Pet streifen. Und so, da habt ihr... Das können doch jetzt hier nicht alle sein, oder? Weiß ich nicht. Guck mal, wie süß ich euch sehe. Im Stream sahst du süß aus. Aber ich seh doch auch süß aus. Ja. Ich hab jetzt Hasenrohren. Die sehen auch nicht schlecht aus. Ich fand sie süß. Ich wünsch mit dem Hörner... mit dem Hörner als mir persönlich... Ich hab aber auch Hörner. Warte. Ich sag euch... Mit langen Nägeln... Zu zocken ist gar nicht so easy. Ich glaub jetzt, bei diesem Charakter Art will ich mir einfach... So, jetzt willkommen. Ich möchte euch darauf hinweisen, ihr seid live im Stream. Und diese Aufnahmen werden aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht. Die hat richtig krassen Skin. Ja, ne? So cute. Ist wie so ein Fire Salamander oder so. Dagegen seh ich echt low aus. Ich hab wie immer meine Killermaske auf. Und meine coole Jacke. Winterjacke. Nein. Ist dir so kalt im Weltall? Ja. Ja. Genau. Im Weltall scheint die Sonne nicht. Ach, quack. Wir fliegen zur Sonne. Was steht auf deinem Shirt, Sisa, wenn ich groß bin? Wenn ich groß bin, möchte ich leben. Ähm. Was? Wenn ich groß bin, möchte ich leben. Und nicht im Küken Schredder landen. Achso. Er landet im Küken Schredder. In der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich frei. Unser Festmahl auf dem Mörderzeller. Aha. Okay. Klingt nicht frisch nach deinem Todesschreiben. Ich kann gar nichts sehen. Oh nein. The lobby will close. Eine Minute. Siehst du auch schon mal? Schnell, 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 schnell. Bin, ich bin, ich bin. Achso, jetzt starten wir einfach. Okay. Okay, wir können natürlich auch einfach erstmal starten. Okay. Wir starten. Wir sind voll, ja. YOLO. Dann kommst du einfach zum nächsten. Rein. Ups. Ich bin der Impostdoc. Erste Runde, erstes Glück. Und auf geht's. Ich lauf erstmal nach rechts. Bin natürlich immer sehr aufgeregt, wenn ich so etwas tue. Und machen muss, weil ich unglaublich schlecht im Lügen bin. Die Leute wissen, dass ich das auch bin. Und ich hab aber auch gesehen, oh, Tiva ist jetzt mir hinterher gelaufen. Ich bin erstmal Richtung Navigation. Hab da eine Task angedeutet. Und dachte mir, okay, was könnte ich jetzt machen? Sehe, er kommt dort entlang. Laufe ihn entgegen. Zack, der erste Kill kommt. Und ich schlüpfe in den Vent hinein. Was ich dann mache. Ja, ich hab ein bisschen versucht, mich zurechtzufinden. Bin dann auf Tastatur umgestiegen. Und dann kam... Hä? Echt? Ja. Self-Report. Dann, wenn man von O2 oder Navigation runterläuft Richtung Shields. An der Ecke so. Hä? Warte mal, wo? Wenn du aus Navigation rausläufst. Mhm. Dann hoch, runter. Da liegt sie. Direkt da. Mhm. 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 Ich glaube, das war ein Self-Report. Ist das schlecht, ey. Mhm. Okay, Schildi. Schildi, du bist wirklich einer der besten Spieler in Among Us. Wirklich. Wirklich. Also, jetzt hab ich da komplett ungehindert irgendwo nen Kill mache, wenn er und ich da alleine sind. Super Idee, Schildi. Nee. Nee. Wurde ich nicht. Nee. Ich steig für dich ab. Hey, Tanis, warst du das? Genau, ich war, dass der die ganze Zeit neben dir stand. Ja. Nein, nein, nein. Ja, du warst neben mir gestanden die ganze Zeit. Mhm. Hä? Nee, jetzt ist, jetzt, nee, jetzt hab ich... Ach, soviel zu Self-Report. Ach, ja. Ja, dann können wir ja jetzt Sisa voten, ne? Warum ich? Warum? Ich... Warum machst du so dreckig? Wie schlecht, Alter. Nein, Schildi, das war natürlich Sisa der erste Kill. Also, das war überhaupt der Kill, halt. Woher willst du das wissen? Ich dachte, ich muss kurz den Sisa's Game angucken, ne? Warte. Was? Was? Tisa, wir wissen beide, dass du ganz scheiße lieben kannst, ne? Ja. Ich kann auch scheiße lieben. Woher willst du nicht wissen, dass Timeless das selber war? Aus mit der Sprache jetzt. Du warst am Ende selber und hast jetzt einfach nur gedrückt, um... Ähm... Um von dir abzulenken. Nee, nee, ich stand ja... Ich stand ja neben Schildi. Also... Also nicht die ganze Zeit, aber halt so, als Reported wurde dann so. Stattest du gar nicht neben ihr? Ja, genau, ich stand gar nicht neben dir. Oder statztest du neben mir? Baut einfach Sisa. Nein! Ich weiß nicht, ob ich das will. Boah, ich weiß nicht, ob ich das heute Abend noch aushalte hier. Ich bin mir da nicht so sicher. Sisa, enttäusch mir nicht, ich hasse dich. Ja, mit Schildi ist das immer so ne Sache hier. Ja, mit Schildi ist das immer so ne Sache hier. Das ist ja in Ordnung, aber... Das ist ja in Ordnung, aber... Da ist ja in Ordnung, aber... Wo ist das? Ich habe ja in Ordnung, aber... Ja, mit Schildi...